Hey, wie fühlst du dich? Ich, äh, ich, ähm, ja, ich würde sagen, ich fühle mich gerade so ein bisschen regeneriert und erholt vielleicht, ein bisschen aufgetankt. Also ich habe ein starkes Verlangen einfach die letzten Tage, eigentlich schon, naja, mindestens haben wir mal so zwei Wochen irgendwie nach Ruhe und Rückzug und eigentlich irgendwie so für mich sein wollen. Und das war jetzt in der letzten Zeit irgendwie sehr stark. Ich habe dem auch nachgegeben und habe mir diese Ruhe und diesen Rückzug gegönnt und mich mal ausgekoppelt aus dem ganzen Wahnsinn, der da so um einen herum irgendwie so tobt. Und das hat mir eigentlich ganz gut getan. So, und ja, deswegen habe ich jetzt auch erstmal in diesen letzten anderthalb Wochen keine Videos gemacht, obwohl es eigentlich anders gegeben hätte, wie ich eben so sehe. Aber den Neumond im Widder, den wollte ich mir nicht hingehen lassen, dazu wollte ich ein bisschen was sagen. Und, ähm, ja, wann ist der Neumond im Tierkreiszeichen Widder? Der erste Neumond des neuen astrologischen Jahres am Freitag, den 1. April um 8.24 und 13 Sekunden sind Sonne und Mond bei 11 Grad 30 Bogenminuten und 32 Bogensekunden. Und, ähm, ja, der erste Neumond des neuen astrologischen Jahres ist natürlich immer in dem Sinne besonders, weil er ja natürlich so diesen Anfang dann auch und diese Schwungkraft mit sich bringt. Und dadurch schon auch ein bisschen so, was das Sonne-Mond-Thema für das ganze Jahr und für den ganzen Umlauf bedeutet, auch so ein Grundthema mit angibt. Natürlich haben wir unser Jahresrauskop, das heißt, der Augenblick, wo eben dann, ja, den habe ich hier nochmal, die Sonne eben in das Tierkreiszeichen Widder irgendwie eintritt, den Augenblick. Da habe ich schon mal ein kleines Video gemacht, da kommen, keine Angst, noch mehrere, habe ich auch schon angekündigt. Die werde ich natürlich auch alle machen. Und, äh, so, äh, da sehen wir jetzt eben einfach so, ja, was ist das Thema für das Jahr allgemein? Und der Anlass dafür, dass wir eben sagen, da fängt das Jahr an, ist eben jetzt die Sonne. Das heißt, was ist das Thema im Sinne des, was wir sehen können, was gemacht wird, wie die Handlungsenergie sein wird und so weiter. Die Sonne definiert ja in dem Sinne dieses Jahr. In diesem Kontext der jetzt Neumond haben wir natürlich eben jetzt den ersten Neumond des neuen Jahres. Das heißt, das Beziehungsthema zwischen Innenwelt und Außenwelt, zwischen nach außen machen und innerlich sich dabei fühlen, das ist das, was dann im Vordergrund steht. Und da könnte man schon so sagen, dass der erste Neumond des Jahres natürlich eben auch so dann die Überschrift für alle Neumonde des Jahres irgendwie legt. So, auch wenn die dann alle für sich einzeln eigene Geschichten haben, hat der erste Neumond natürlich schon eine größere Bedeutung, weil es eben halt der erste ist. Und das ist halt so, in der Astrologie, so willst du deine Sache ganz verstehen, musst du an den Anfang gehen, sag ich jetzt mal so vereinfacht. Und deshalb, ja, hat der schon für mich eine speziellere Bedeutung, diese Geburt der Neumond-Thematik. Und ganz allgemein ist natürlich ein Neumond eben wieder, ja, erstmal sehr schwungvoll und sehr aufbruchslustig und eben symbolisiert halt diese wittrige, stürmische, frühlingshafte Drangphase, Drangphase, was machen zu wollen, loslegen zu wollen, endlich, endlich tun, machen, raus und so weiter. Und, ähm, ja, mehr braucht man dazu gar nicht irgendwie sagen. Und das macht es natürlich jetzt aber dann insgesamt ein bisschen schwierig, wenn wir uns dann den Augenblick anschauen, der mindestens eben hier für Berlin, also deutschlandweit, äh, äh, Gültigkeit hat, weil wir eben um 8 Uhr 24 und 13 Sekunden gerade noch so einen Stier-Aszendenten haben, werden wir gleich angucken, wie man das eventuell sehen könnte. Und dabei fällt dann eben der Neumond ins zwölfte Haus. Und das Tierkreiszeichen Witter ist eingeschlossen im zwölften Haus. Das heißt, dieser Witter-Neumond, der ist so ein bisschen weggesperrt. Ein bisschen eingesperrt, ein bisschen, ein bisschen wieder irgendwie so, ja, der will jetzt eigentlich los und anfangen kicken, irgendwie, Fußball spielen und muss jetzt aber trotzdem noch irgendwie so im Meditationsraum im Kloster sitzen und meditieren. Ähm, das ist nicht so ganz einfach. Also so diese frühlingshafte Aufbruchsenergie rauslassen zu wollen, aber jetzt das im zwölften Haus rauslassen zu müssen. Also einen Weg zu finden, wie es eben nicht ganz so über die physische Dimension läuft und über das Machen und Loslegen und hier, im zwölften Haus gibt es keine Erde, die ich umgraben kann, sage ich jetzt mal. Natürlich kann ich eben beim Umgraben der Erde in meinen inneren zwölften Hausraum gehen und das meditativ erleben und so. Das meine ich damit nicht, aber auf der Ebene ist das zwölfte Haus so unmateriell. Das ist so Energie, ich grabe da Energie um, ich gestalte da Energie, ich, ich, ähm, ja, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. So, äh, aber, äh, aber, wieder im zwölften Haus ist so dieses Üben und Lernen, dass ich meine, 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 meine Fähigkeit, mich auf was zu konzentrieren, ähm, wieder. Also zu sagen, hier, ich halte fest und jetzt halte ich fest, da drücke ich zu und lasse mich nicht beirren. Also, also, oder ich kann meine Kraft auf irgendetwas konzentriert hinbündeln, so, ja, jetzt mal so plastisch in irgendeinem Wettkampf oder so sportlich. Und da bin ich dann eben so, da lasse ich nicht locker, da gehe ich wie mit dem Kopf durch die Wand. Ähm, das wird im zwölften Haus eben dann auf so einer energetischen Ebene erlebt und das nicht mehr so stark irgendwie physisch. Äh, der Kampf, in Anführungsstrichen, wird ein anderer, so. Ähm, und, äh, da dauert es ein bisschen. Bis diese wittrige Energie versteht, dass es hier offensichtlich um mein, 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 mein Fokus geht. Also die Fähigkeit, meinen Willen auf was zu richten, meine Aufmerksamkeit auf etwas zu richten. Dass mein Willen ist, meine übertragenen Augen, Wetter ist ja auch quasi ein Augenjäger, ein Augenjäger, äh, meine übertragenen Augen, äh, auf was zu richten. Und dieses Objekt meiner Begierde oder das, was ich da erlegen möchte oder das mir wichtig ist, das nicht mehr aus den Augen zu lassen. Und mich nicht ablenken zu lassen durch all das, was dann so im Außen um mich herum irgendwie tobt. Und das nennt man ja fokussieren. Das heißt, kann ich fokussieren, kann ich meinen mentalen Fokus, habe ich Kontrolle darüber. Äh, und, äh, wenn ich das hinbekomme, diese Widerfähigkeit im 12. Haus, dann habe ich eigentlich immer, also, wie auch immer, dann ist archetypisch, dann habe ich ein Stier-Ascendent. Und, äh, dann wird eben, dann ist das Anliegen eben Materie. Das heißt, äh, habe ich, äh, meinen Fokus im Griff, dann wird diese Stierwelt ein Schlaraffenland. Dann wird diese physische Welt ein Schlaraffenland der sinnlichen Sinne. Und, äh, ja, Punkt. Habe ich den aber nicht im Griff und glaube, da irgendwelche Kämpfe auf einer anderen Ebene führen zu müssen, lass mich da ablenken und so weiter und so fort, dann wird die physische Dimension irgendwie eine Welt, in der ich ständig Verlustangst habe, in der ich ständig Existenzängste habe, in der ich ständig das Gefühl habe, jemand nimmt mir irgendwas weg. So, und das ist so ein bisschen die große Herausforderung, finde ich, bei diesem Neumond, äh, am Freitag, am 1. April, dass er, ähm, mit all dem plötzlich im 12. Haus sich wiederfindet. Und da tut er sich schwer. Ähm, auch hier, ähm, vielleicht noch eine zweite Sache, die irgendwie so ein bisschen wie paradox erscheint. Äh, diese Wider-Thematik, dieser Wider-Neumond, der ist ja, sagen wir mal, sehr persönlich, wenn man so möchte, also so, da erlebe ich mich stark, so, wenn ich will, dann kann ich, und so, ne, also Wider, so. Ich muss nur wollen, dann kann, geht alles. Und, da geht's um mein Wollen. Und, jetzt haben wir aber zu diesem Augenblick alle Horoskopfaktoren im vierten Quadranten. Und der vierte Quadrant ist eben so von mir aus das Überpersönliche. Da erlebe ich im vierten Quadranten, dass es dann noch ein größeres Wollen gibt. Dass es dann noch was gibt, was über meinem Wollen ist, meinem kleinen Wollen. Und dieses Größere des vierten Quadrantes, ähm, Quadranten, das übersetzen wir ja häufig dann, sagen wir mal, mehr so in Gesellschaftsdimensionen und gesellschaftliches Vokabular. Aber man kann das natürlich eben auch im Sinne der spirituellen Betrachtungsweise als den großen Bewusstseinsquadranten irgendwie verstehen. Das heißt, ähm, es macht schon Sinn, zu diesem Neumond sich zu fragen, wer bin ich eigentlich? Bin ich mein Körper? Erster Quadrant? Hm. Hm. Auch, aber eben nicht. Nur. Bin ich meine Gefühle, meine Seele? Zweiter Quadrant? Hm. Auch, aber irgendwie auch nicht. Bin ich meine Gedanken? Bin ich mein Geist? Dritter Quadrant, der geistige Quadrant? Ja, auch, aber eben nicht. Und damit hätten wir ja so die klassische Dreiteilung, die wir oft immer benutzen, dass wir sagen, der Mensch ist irgendwie Körper, Seele, Geist. Ja, aber in der Astrologie haben wir noch einen vierten Quadrant. Da gibt es noch was, was dazugehört und was die oberste Hierarchie symbolisiert. Und das ist eben dann in dem Sinne vielleicht als neutralstes Wort Bewusstsein. Ein Bewusstsein denkt, ein Bewusstsein, ja wie auch immer, bringt Gedanken hervor. Je nachdem, wie die Gedanken zu dem Bewusstsein passen, entstehen dann die Gefühle. Und wenn dann diese Gefühle länger da sind, die ja nur sozusagen zeigen, wie die Energie zwischen dem großen Bewusstsein und dem kleinen Wollen irgendwie sich verhält, dann materialisiert sich da eben Körperliches, wie auch immer, Materie, erster Quadrant. Das heißt, wer bin ich, wenn ich nicht denke? Bin ich meine Gefühle? Nee, das bin ich eben alles nicht. Da gibt es so ein Bewusstsein. Und dieses Bewusstsein im vierten Quadranten, jetzt mache ich das doch nochmal, ich habe das vorher schon mal ganz kurz was ändern. Ich will mal kurz den 90-Grad-Kreis wegmachen, sodass wir irgendwie die Pfeile hier haben. Das Bewusstsein ist nämlich dann im vierten Quadranten der Teil, der eigentlich um das Horoskop ist. Also, ich weiß nicht, ob man das jetzt hier, der Raum um das Horoskop, also um den Kreis herum, wo die Pfeile dann so reingehen, der bedeutet ja auch was. Das ist nämlich dann das große Bewusstsein oder die geistige Dimension oder wie auch man das benennen mag. So, die Energie hinter all dem. Während eben der Kreis mit dem, das bin halt ich, oder irgendein anderes Lebewesen, irgendetwas, was lebt. Und alles, was dann da lebt, hat eben diese vier Quadranten. Und der vierte Quadrant ist dann eben die Energie außerhalb des Kreises im Kreis. Das ist sozusagen, wenn ich drumherum sage, und das ist dann Gott, alles, hier, das Weiße drumherum, wo dann eben auf dieser riesigen weißen Fläche überall diese kleinen Kreise sind, die eben dann ein Leben irgendwie symbolisieren, das sich physisch darstellt, dieses Leben. Dann habe ich eben dieses Göttliche außerhalb, aber das ist mein Göttliches in mir, in meiner Existenz. Das ist das Bewusstsein, das in mir ist, das mich erfüllt und mich dadurch natürlich irgendwie am Leben, mich lebendig sein lässt. Wenn das Bewusstsein sich hier rauszieht dann am Ende, dann gibt es es nicht mehr und dann zerfällt das ganze Ding natürlich. Das ist dann das, was wir dann irgendwie sterben und so nennen. Oder Tod oder wie auch immer. Und deshalb ist es, glaube ich, irgendwie wichtig, sich zu diesem Neumond eben mehr Gedanken darüber zu machen, was gibt es denn da noch in mir, jenseits vom Körper, Seele, Geist? Wer bin ich da eigentlich wirklich? Sich mit diesem vierten Quadranten vertraut zu machen. Mit dieser Götterwelt. In der Astrologie, in der Alten hat man eben so zum Steinbock, das hat man immer so das goldene Tor bezeichnet, das goldene Tor, hinter dem die Götterwelt ist. Und das ist eben diese Bewusstseinswelt, sag ich jetzt mal so. Mein innerer Bewusstseinsanteil, mein göttlicher Funke in mir. Und wenn da so viele Planeten da sind, dann wäre es eine gute Zeit. Ich glaube, dass es auch leicht fällt dann, in der Zeit eben diesen göttlichen Funken in mir wahrzunehmen und zu spüren und festzustellen, dass es da ein höheres Selbst gibt. Und dann eben jetzt die Aufgabe darin zu finden, dass ich mein persönliches Wollen abgleiche mit dem Wollen, das da in mir als persönlicher Funke eben auch da ist, die ähnlich zu machen, sodass darin keine große Dissonanz vorhanden ist. Ja, und dann wird die Stierwelt eben eine sehr angenehme. Stieraszendent ist bei 29,39, das macht es natürlich auch wieder ein bisschen kompliziert, weil wir da natürlich am Ende dieser Stierthematik irgendwie sind, also schon wieder auflösen am Zerfall der Materie. Und dadurch wird eben zwar mit dem Stieraszendent die Materie thematisiert, Materie, Besitz, Essen, Habgut, Werte, Ländereien, bla bla bla, so diese ganzen materiellen Dinger. Aber eben in ihrem Zerfall, in ihrem Endstadium, 29,39 Grad. Und die Venus als Herrscherin ist dann eben im Tierkreiszeichen Wassermann im 11. Haus. Lassen wir mal erstmal die Konjunktion mit Saturn und Mars weg. Da läuft die ja raus, das hat sie alles schon hinter sich. Ah ja, das wäre auch ein Aspekt gewesen, wo ich was hätte sagen können, Venus zu tun. Und dadurch wird auch eben ein Thema aufgemacht, das nicht einfach ist, weil der Stier natürlich eben so die Sicherheit in der Materie sucht. Oder Sicherheit sucht und sie häufig eben über die Materie dann meint zu bekommen, über das, dass ich da was besitze, dass meine Vorratskammer gefüllt ist, dass meine Felder irgendwie Ernte geben, dass mein Bankkonto voll ist und so weiter und so fort. Diese ganze Geldgeschichte von mir aus, vereinfacht gesagt. Aber im 11. Haus, im Wassermann will ich mich sehr, 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 sehr frei fühlen. Sehr, sehr unabhängig fühlen. Und natürlich ist das etwas, was mir häufig dann irgendwie Geld bedeutet. Das heißt, das Gefühl ist ja oft, wenn ich Geld habe, dann fühle ich mich frei. So, dann fühle ich mich unabhängig. Und ja, klar, das ist so. Aber da scheint es irgendwie Veränderungen zu brauchen. Da scheint es irgendwie ein Ende dieser banalen Wahrheit zu geben. Da scheint eben mein finanzielles Thema oder das Ende des finanziellen Prozesses oder des materiellen Prozesses verknüpft mit dieser starken 12. Hausbetonung des Endzeitstimmungsthemas so, das mich zwingt, irgendwie die Hintergründe mehr in den Blick zu nehmen. Da scheint es irgendwie, es scheint so ein bisschen ein End, so ein Abschied. Ich finde, es hat so etwas Abschiedsmäßiges, was Loslassen müssen von der Materie über die 12. Hausbetonung, über den Aszendenten, der so am Ende des Stiers ist, über die Wassermann-Thematik, die da mit der Venus stark in den Vordergrund kommt oder Elft-Haus-Thematik. Das ist so ein bisschen, ich weiß auch nicht, wie so ein erzwungener Abschied vom goldenen Käfig, der mir jetzt plötzlich nicht mehr so verlockend erscheint oder wo die Bequemlichkeit des goldenen Käfigs so dolle eben einfach dann leidet, dass ich mir denke, vielleicht sollte ich doch lieber irgendwie rausfliegen aus diesem goldenen Käfig und mich nicht freiwillig gefangen sein lassen. So wie der Zerfall des goldenen Käfigs oder der Verrat des goldenen Käfigs, dass er mir das plötzlich nicht mehr irgendwie schenkt, die Sicherheit und so, die ich gerne wollte und dafür gerne meine Freiheit hergegeben habe. Jetzt wird mir diese scheinbare Sicherheit genommen und ich muss tatsächlich eben dann feststellen oder mich fragen, was ist Freiheit für mich eigentlich? Für mich hat das Horoskop, wenn ich drauf gucke, ganz dolle mit Nomadentum zu tun, also mit dem ursprünglichen Nomadischen, wo ich eben nicht gesagt habe, das gehört mir, sondern wo ich das mindestens in meiner romantischen Vorstellung vom Nomadentum, so das irgendwie mich als Teil der göttlichen Schöpfung irgendwie wahrnehme und das sozusagen Mutter Erde, das alles der Mutter Erde gehört und eben nicht mir und ich dankenderweise eben da immer mal was davon irgendwie bekomme, so, aber eben eine starke Verbundenheit sozusagen zu dieser materiellen, erdigen Komponente vorhanden ist und mich total sicher und geborgen fühle, ohne dass ich das mir aneignen und sage, es ist meins. Und da habe ich eigentlich die stärkste Kombination zwischen irgendwie mich frei fühlen, mich unabhängig fühlen, frei, wirklich irgendwie unter freiem Himmel, mich ganz frei zu empfinden und trotzdem total geborgen und sicher und aufgehoben. Und gleichzeitig eben, und da, nicht gleichzeitig, und da, finde ich, passt dann auch diese Widder-Thematik im 12. Haus besonders doll irgendwie hin, dass ich eben da dann eben als Scout, als Pionier, als Nomade immer unterwegs, immer auf Bruch sozusagen habe, aber mich eingebunden fühle in die größeren, unsichtbaren Zusammenhänge und mein Wille abgleiche mit dem großen Willen dort draußen, also eben in diese Naturbezüge mich einbeziehe und nicht irgendwie mich rausnehme und versuche, die Natur zu kontrollieren. Also, mir auch immer. Ich finde, es ist ein sehr, das Bild, das mir da jetzt halt kommt, hat das was sehr Nomadisches. Da habe ich das Gefühl, bekomme ich das am ehesten zusammen eben zu verwurzeln, starke Wurzeln zu haben in mir und gleichzeitig die Flügel zu bekommen, die mich eben halt dann mich, ja, dem geistigen Himmel hingegenfliegen lassen. So, in dem Bild von einer Venus als Stier-Ascendenten-Herrscherin im 11. Haus im Wassermann. So. Ich glaube, es macht dann eben auch total Sinn, sich zu diesem Neumund eben auch dann so mit Fragen zu beschäftigen, irgendwie, was bedeutet Geld für mich, was bedeutet Besitz für mich, was, ähm, was ist dieser goldene Käfig denn eigentlich für mich? Also, vielleicht ist es auch für dich kein goldener Käfig. Ähm, so, ähm, so, ähm, so, ähm, aber, wie entsteht Materie? Woher kommt Materie? Äh, und woher kommt diese Materie, die ich essen kann, beziehungsweise, woher kommt die Materie, in der ich mir Essen kaufen kann? Also, woher kommt dieses ganze Geld, so? Was bedeutet Geld für mich? Ich glaube, dass es Sinn macht, da mal genauer hinzuspüren und das zu erforschen, weil wir da eben ja dann auch einfach über unsere Familiengeschichte und so viele scheinbar Wahrheiten und Gesetze, äh, äh, beigebracht bekommen haben, was denn Geld bedeutet, wie man zu Geld kommt, was Geld über einen aussagt und so weiter und so fort. Und, ähm, da würde ich mal sagen, das stimmt das meiste eben nicht. Das wird halt einfach so übernommen und dann macht man das halt dann so. Und das führt ja dann oft dazu, dass mein Leben eben sehr stark daran sich orientiert, wie ich eben einfach Geld verdiene. Also, mein Berufsleben orientiert sich ganz doll irgendwie danach, so, äh, kann ich damit Geld verdienen, kann ich da, so, ähm, weil ich muss das machen, damit Geld kommt und, ja, wenn ich dann fleißig bin, dann kommt dann auch genug und lauter solche Sachen eben. Das heißt, ich, ähm, fokussiere mich stark auf die vordergründige Ebene, auf die scheinbar handelbare, materielle Ebene, so, und versuche dann eben Wege zu finden, wie ich auf dieser schon sehr äußeren Fruchtebene irgendwie mich da bewege, gestalte, damit ich davon irgendwie genügend Früchte eben einfach bekomme, wenn jetzt aber eben die äußeren Umstände sich dann so verändern, dass die klassischen, traditionellen Vorgänge nicht mehr funktionieren und ich, dann weiß ich nicht mehr, wie ich das eigentlich irgendwie, was ich machen muss oder machen kann, damit ich weiterhin eben dann, ähm, meine Brötchen oder was auch immer irgendwie bekomme, die Kohle habe, um irgendwas zu bezahlen oder zu besitzen. Dann, ähm, entsteht ja eine große Sorge, eine große Ängste, große Existenzängste und so weiter und so fort. Und das ist so ein bisschen irgendwie das Problem, mit dem wir vielleicht die letzten 70 Jahre nicht so groß konfrontiert waren, weil man es primär immer irgendwie auf eine ähnliche Art hinbekommen haben hätte können. Letzten 20, 30 Jahre hat sich das schon dolle verändert eigentlich, aber jetzt wird sich das nochmal sehr viel mehr irgendwie verändern. Deswegen macht es Sinn, sich diesem Neumond zu nutzen, ich weiß nicht, das ist natürlich nur ein Neumond, aber, ähm, sich da mal mehr Gedanken darüber zu machen, weil es immerhin schon auch dann natürlich das Grundthema des Jahres, also mindestens das Sonne-Mond-Verhältnis für das ganze Jahr auch mehr mitbestimmt, sich darüber Gedanken zu machen, woher kommt denn das eigentlich und welche Einstellungen habe ich? Weil wenn es mir gelingt, äh, da das Ganze auf einer tieferen Ebene zu verstehen, wie also materielle Dinge manifestieren und wie der Weg ist aus einer unsichtbaren energetischen Geschichte zu einer materiellen Geschichte, wie sozusagen Energie sich ansammeln lässt, damit sie mehr wird, so viel mehr wird, dass sie sich dann manifestiert und so weiter und so fort. Wenn ich, je mehr ich sozusagen da meine Willenskraft auf dieser energetischen Ebene kennenlerne, desto unabhängiger werde ich von der konkreten Ebene im Außen, weil ich dann eben weiß, wie ich meine innere Dimension lenken und kontrollieren muss und steuern muss und modulieren muss, dass es in mir eben einen bestimmten Zustand gibt, der von mir jetzt dann mit Fülle und sowas zu tun hat. Und wenn der dann da ist, dann ist es ganz natürlich und normal, dass sich diese Fülle immer in irgendeiner Form materialisiert und zwar dann auf die Art und Weise materialisiert, wie die Umstände das im Außen gerade irgendwie möglich machen oder was die da gerade irgendwie als äußere Fülle akzeptieren oder ich weiß nicht, wie ich das, du weißt, was ich meine. Es ist besser zu wissen, wie die Dinge irgendwie sich gestalten, als sich nur auf der Ebene als Spezialist zu empfinden, wo die Dinge schon längst gestaltet sind. Weil wenn sich dann die Umstände ändern, bin ich am Arsch. Wenn sich die Umstände ändern und ich Experte bin für die unsichtbaren Ebenen dahinter, dann sind die Umstände nicht wichtig, weil die Fülle immer von mir erreicht wird und sie sich immer in der Form manifestiert, dass sie mich letztendlich irgendwie trägt. Und das macht mal Sinn, darüber sich Gedanken zu machen, wie man das alles irgendwie für sich versteht, um vielleicht diesen Neumond und auch diese Kompliziertheit, die ich jedenfalls persönlich in diesem Neumond empfinde, in diesem Augenblick, um die, glaube ich, gut zu lösen. Es gibt ein Video, fällt mir jetzt gerade ein, das ich mal gemacht habe. Das heißt Liebesbrief ans Geld. Der Liebesbrief ans Geld. Mein Liebesbrief ans Geld. Und das musst du mal, vielleicht kann ich das irgendwie als Link unten mit reinmachen. Kannst du auch suchen sozusagen auf meinem Kanal, Liebesbrief ans Geld. Da gibt es auch einen Artikel auf dem Blog hokus pokusfokus.de, wo dann auch mein Liebesbrief, wie ich ihn formuliert habe, irgendwie zu lesen ist, als Inspirationsquelle. Und dieser Liebesbrief war so als Idee gedacht, A, mal darüber nachzudenken, wie ist überhaupt mein Verhältnis zu Geld. Und B, für sich mal herauszufinden, wie fühle ich mich eigentlich zu Geld. Denn das ist was, was den allermeisten Menschen meiner Meinung nach, meiner Erfahrung nach, häufig gar nicht bewusst ist, wie sie sich zu Geld eigentlich empfinden, weil es in den allermeisten Fällen ein meistens unschönes Gefühl ist, das aber so gewöhnlich ist, so chronisch geworden ist, so alltäglich geworden ist, dass man das gar nicht mehr als ein unwohlsames Gefühl irgendwie identifiziert im Alltag, sondern nur in besonderen Situationen, wenn man dann irgendwie eine Rechnung zu bezahlen hat oder 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 oder. Dann taucht plötzlich irgendwie das akute Gefühl zu meinem Verhältnis zu Geld auf. Dann kriege ich das so ein bisschen mit, dass sich das vielleicht unwohl anfühlt oder so. Und dann denkt man sich, ja, ist ja nur wegen der Rechnung ansonsten nicht. Aber ne. Auch eine Rechnung zu bezahlen sollte eigentlich kein Unwohlsein hinterlassen. Egal. Das vielleicht mag das Video für dich eine kleine Inspiration sein, einfach mal über Geld, Besitz und Werte und sowas nachzudenken, wie dein Verhältnis dazu ist, um eben einfach mal zu gucken, welche Glaubenssätze du dazu eben auch hast. Also das heißt, welche Wahrheiten du so etabliert hast zum Thema Geld analog dann eben zu Besitz, Hab und Gut und Werte und sowas. Und die werden jetzt, glaube ich, gut, wenn man da andere für sich irgendwie entwickelt, damit du dich davon ein bisschen löst. Weil ich glaube, die Zeiten werden jetzt ein bisschen turbulent, was das ganze Materielle angeht und möglicherweise eben vielleicht auch ein bisschen irgendwie knapper. Und da macht es dann Sinn, nicht ganz so abhängig zu sein von den äußeren Umständen und eine innere Sicherheit und ein inneres Vertrauen irgendwie zu haben und eine innere Gewissheit zu haben, dass man weiß, wie mindestens, dass man eine Ahnung vielleicht hat. Vielleicht ist es auch nur eine wahre Idee, dass man sich einbildet, zu wissen, wie sich Dinge irgendwie gestalten lassen. Auf einer energetischen Ebene und dann eben auf einer materiellen Ebene. Das wären jetzt einfach mal so ein paar Gedanken grundsätzlicher Natur. Ich meine, dass der Pluto oben am MC steht, am Steinbock, deutet natürlich auch das nochmal irgendwie an, dass wir hier eben einfach, ja, dass sich da vieles transformieren möchte und auf den Kopf gestellt wird. So. Und es aber mit dem Trigon eigentlich leicht fällt. Und, ja. Und deshalb, da will ich jetzt gar nicht so groß drauf eingehen. Auch dann der Herrscher vom MC, der Saturn ist dann im elften Haus. So. Auch da wieder irgendwie das Thema Freiheit. Also wie gesagt, ich glaube, das ist ganz gut so zusammengefasst mit dem, was ich vorher jetzt so ausführlich besprochen habe. Mach dir Gedanken über die materielle Ebene und die Werte und wie du da frei, was für dich Freiheit eigentlich bedeutet und wie du da frei werden kannst, freier werden kannst und dich sicherer fühlen kannst auf einer tieferen inneren Ebene. Was ist deine eigentliche Währung? So. Und in dir. So. Das macht, glaube ich, Sinn. Also weil, es ist interessant, also weil das zweite Haus zielt eben auf das zweite Haus ab, also will die Finanz, also das Erde, das Erdethema ist stark mit dem zwölften Haus verknüpft. Also das zweite Haus, Besitz, Geld, ist, der Herr Merkur, der Herrscher, ist im zwölften Haus beim neuen Mond mit dabei. Also da müssen wir die Hintergründe irgendwie besser verstehen. Dann ist der Merkur auch Herrscher vom sechsten Haus, also vom Arbeitsalltag, auch wieder das Erdhaus. Müssen wir die Hintergründe besser verstehen in Kombination mit dem neuen Mond. So. Und von mir aus jetzt dann das dritte Erdhaus, das zehnte, da haben wir jetzt den Herrscher nicht im zwölften, aber immerhin im elften Haus. Da geht es auch mehr so um eine größere Perspektive irgendwie zu bekommen, die mich frei erfüllen lässt. Das heißt, die ganze Erdthematik ist im Horoskop stark mit dem zwölften Haus verknüpft. Dann haben wir eben das Erdzeichen als Aszendentenherrscher, das ist im elften Haus Wassermann irgendwie so verknüpft. Also auch da eher freier, unabhängiger von der ganzen Thematik zu werden. Und meine Interpretation summa summarum ist eben, verstehe mehr, wie deine Bezüge dazu sind, wie du das sozusagen für dich regelst, um da für dich da was ändern zu können, um durch deine Veränderung, durch deine andere Sichtweise auf das alles eben freier und unabhängiger zu werden von den äußeren Umständen, sodass du mehr bei dir bist und eben diese Sicherheit und diese Fülle in dir erlebst. Und wenn du das in dir sicher findest, dann zeigt sich das in jeden Umständen, also zu jeden Umständen, die du dann im Außen erlebst, wird sich das dann diese Sicherheit und diese Fülle und dieses Wohlbefinden, wie auch immer, manifestieren. Und dazu hat der Neumann, glaube ich, viel damit zu tun. So, ja. Ganz überhöht, ich weiß gar nicht, wie man das dann eben, ist das Blasphemie, blasphemisch irgendwie formuliert. Wenn du eben zu diesem Neumann feststellst, dass du Gott bist und göttlich, ja, dann ist das mit den Umständen keine Frage. So, und man muss sich durch Umstände nicht bedroht fühlen. Gut, dann grüß dich, mein innerer göttlicher Anteil, grüß deinen inneren göttlichen Anteil und ich wünsche dir eine gute Zeit. Wir sehen uns dann beim nächsten, bis zum nächsten Video. Ich habe keine Ahnung, wann das sein wird. Allerspätestens zur Konjunktion von Jupiter und Neptun. Aber vielleicht bekommen wir da ein bisschen mehr Lust, mehr Sendungsbewusstsein. Ich merke schon, dass ich mich nicht unbedingt kürzer gefasst habe durch diese Pause. Also irgendwas will da immer reden. Und ich hole sicherlich noch ein paar Videos nach und mache auf alle Fälle ja noch ein paar Videos zu dieser ganzen Jahres-Hauskopf-Thematik. Ja, eine gute Zeit. Viel Ruhe, Besinnlichkeit und Sicherheit in dir, in diesen sehr verrückten Zeiten. Alles Gute. Bis dann. Tschüss.